Felix Yen und Jasmin Thompson. Felix, wie ist es heute für dich an so einer Show mit Fashion und Musik und alles live? Mega, ich freue mich total. Die Bühne sieht geil aus. Wir waren vorhin schon mal drin, sind total viele hübsche und coole Leute hier für bestimmt ein geiles Event heute. Wirst du abgelenkt von den hübschen Mädels? Oh, ich muss mal gucken, ob ich die Performance noch hinkriege. Er wird bestimmt mal einen Blick fallen. Das denke ich mir. Jasmin, du bist hier die erste Mal. Wie ist es in Switzerland? Ich liebe es. Es ist wirklich großartig. Ich liebe es. Und die Rehearsal ging gut und alles? Ja, die Rehearsal war wirklich lustig. Was wissen Sie über die Schweiz? Ich weiß eigentlich nicht so viel. Jeder hat mir gesagt, dass ich den Schokolade probiere. Ja, das ist wahrscheinlich gut. Ja, das ist es. Der Schokolade, der Cheese und die Watches. Ja, die Watches. Ja, die Watches. Ja, die Mountain. Ja. Also, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Enjoy it. Thank you for being here. Tschüss. 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 Tschüss.